Sind wir alle da? Wie ich sehe, ja. Mir wurde unterwegs etwas zugetragen. Es ist eigentlich eine Idee fürs nächste oder übernächste Mal, je nachdem wann der Herr Bürgermeister mal Zeit hat, sich mal ein paar Fragen stellen zu lassen. Und zwar, hier in Guggen wird sich in Zukunft Industrie ansiedeln. Entsprechende Arbeitsplätze sind dann vorhanden. Wir werden Zuzug erwarten. Ich hoffe, nicht aus dem Ausland. Und da geht das Thema, was wir vorhin hatten, schon los. Fachärzte, Kita-Plätze und so weiter. Vielleicht stellt man sich im Rathaus uns mal und beantwortet die eine oder andere Frage. So, ansonsten bedanke ich mich heute mal ganz besonders bei den Mädels, die das Banner regelmäßig tragen. Dank uns können Sie sich jetzt über eine gute Muskulatur freuen. Und ja, was soll ich sagen, wir waren heute 203 Spaziergänger. Auch bei denen bedanke ich mich. Und eins muss ich dazu sagen, ihr seid eigentlich die wichtigsten Bestandteile hier. Was wir hier rumplappern, nicht so wichtig. Aber ihr, ihr glänzt durch eure Anwesenheit und dafür danken wir. Dann danke ich der Polizei wieder für die gute Arbeit, die geleistet wurde. Den Ordnern und natürlich bei dem heute nicht redenden Olaf. Olaf will Trecker fahren, sagt er gerade. So, falls niemand mehr was sagen möchte, sieht genauso aus, dann würde ich die Versammlung jetzt beenden. Ich danke euch. Achtung, Achtung. Ach so, ganz wichtig. Nächste Woche nochmal hier unten. Das ist ein Dämpfer, der Dämpfer, der Dämpfer, der Dämpfer, der Dämpfer.